Musik 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 Ihnen müssen wir nicht groß vorstellen, denke ich. Dr. Hubert Zitt, Star Trek-Professor und Legende. Also Last-Geek-Legende auf jeden Fall, weil unsere meistgeschauten Streams sind alle von ihm. Ja, aber Petcon-Legende definitiv mittlerweile auch. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir sollten jetzt das Thema wechseln. Sonst wirst du rot. Das ist ja eine Farbkamera, oder? Ja, definitiv. Möchtest du was trinken? Ein Wasser. Mit Sprudel, ohne Sprudel. Mit Sprudel, ich verzichte auf nichts. Ja, sehr gut. Du kannst auch Kille-Pitch haben. Oder ein Kümmerling. Nein. Ich halte dir dein Mikrofon und dann kannst du einschenken. Oder schenk einfach ein und sag mal kurz nichts. Du redest ja sowieso den ganzen Tag hier. Ja, schön zart. Ja, dann überbrücke ich diesen stillen Einschenk-Moment erst mal ganz mit der banalsten aller Fragen. Wie ist dein Con-Erlebnis bisher? Wie gefällt es dir? Was hast du erlebt? Also für mich war es wieder eine Hammersache, muss ich ganz klar sagen. Ich brauche ja eigentlich gar nichts zu sagen, wenn ich hierher komme. Ich brauche ja nur auf die Bühne zu kommen. Mikro, ein bisschen mehr. Wenn du dich selber hörst, hört dich der Stream besser. Okay. Ich brauche ja nichts zu sagen. Ich komme auf die Bühne und schon ist da Stimmung. Da ist knistern, da merkt man, da ist schon der Funke übergesprungen, bevor ich das erste Wort gesagt habe. Das hat sich eingespielt. Du hast es ja gesagt, ich bin schon längere Zeit hier. Und es ist ein Selbstläufer geworden. Und die Leute kennen mich mittlerweile. Ich komme hierher und wir haben einfach alle zusammen Spaß. Und weil die Spaß haben, habe ich Spaß. Und weil ich Spaß habe, haben die umso mehr Spaß. Und so schaukelt sich das auf. Und es ist immer ein großartiges Panel. Und das war gestern so, als ich einen Vortrag alleine gehalten habe über die Fehler von Star Trek. Und es war vorgestern erst recht so, als ich mit Gerd Mittring das gemacht habe und der die 13. Wurzel aus einer 30-stelligen Zahl im Kopf ausgerechnet hat. Das ist Nerdizismus, oder? Das ist, ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Aber im positiven Sinne nicht normal. Ich habe das Panel ja leider nicht gesehen. Hatte er ein Data-Cosplay dazu getragen? Das wäre ja eigentlich das Passendste gewesen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen mithören können, weil wir zu dem Zeitpunkt schon die Live-Schalter in den Saal eingerichtet haben. Und dann konnte ich es hier ein bisschen laufen lassen. Aber ich habe es nicht gestreamt, weil da weiß ich ja, die bleiben dann nicht online. Und deswegen, ich habe es hier nur nebenbei ein bisschen laufen lassen. Das war schon sehr, sehr abgefahren. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Also allein schon, wenn man sich die Zahl anschaut. Ich stelle dir eine 30-stellige Zahl vor. Da kann ja kein Mensch was damit anfangen. Und der rechnet jetzt die 13. Wurzel daraus aus und kommt auf 186. Und das stimmt. Also total abgefahren. Aber ja, das sind so die Dinge, die auch so ein bisschen einzigartig sind hier. Auch, dass Gerd dann natürlich an dem Tag noch geheiratet hat und an dem Tag Geburtstag hatte. Und so etwas ist ja nicht wiederholbar, dass man jetzt sagt, ja, kannst du vielleicht diesen Vortrag nochmal halten? Das ist ein Unikat. Und das macht es vielleicht auch aus dem Charme von dem Ganzen. Ja, sehr, sehr cool. Hatte das geklappt mit Nessis Geburtstagsgrüßen? Sollte sie nicht auf die Bühne kommen und... Achso, ja, ja, Entschuldigung. Ich war jetzt gerade irgendwie... Mir hat ein bisschen der Kontext gefehlt. Weil das war ja nicht Nessis Geburtstagsgrüße, sondern Nessi ist auf die Bühne gekommen und hat Happy Birthday auf Klingonisch angestimmt. Das hat geklappt. Ja, 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 Nessi, ich meine, muss ich auch nicht sagen. Nessi kann das und sie ist da auf die Bühne gekommen, hat das ein bisschen mit dem Publikum eingeübt und dann haben die angefangen da, ich kann es jetzt nicht aussprechen, ohne dass ich es lesen kann, aber auf Klingonisch Happy Birthday zu singen und dann singen da über tausend Leute Happy Birthday. Auf den Klingonisch, das hatten wir noch selten bis jetzt. Sehr, sehr schön. Du warst heute auch bei einer Premiere dabei, nämlich bei der Premiere der Quizshow von Jedipedia. Ja. Sehr, sehr früh, um 9.30 Uhr. Ich weiß nicht, das ist wirklich brutal, um an einer Quizshow teilzunehmen. In der Tat. Ich weiß auch, als wir uns in Bochum getroffen haben, hast du doch gesagt, ich wurde jetzt für so eine Quizshow angefragt, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ja, das war ja auch so. Also irgendwas stimmt da mit mir nicht, wenn es um das Wort Nein geht. Und die haben mich gefragt, der Robert hat mich per E-Mail gefragt und der Michael dann auf der Comic-Con in Dortmund, ob ich da mitmachen würde und sie bräuchten noch jemanden, der auf der Bühne dabei ist und es wäre eine coole Sache und es wäre ja auch für die Fans und es wäre eine Überraschung und so und hat mir nicht dazu gesagt, dass es sonntags morgens um halb 10 ist, aber okay. Das wäre auch ein echt schlechter Verkaufsansatz gewesen. Also, nee, es war gut. Also, ich bin so ein bisschen mit komischen Gefühlen da rein, weil ich ja, ich habe ja gerade schlechte Erfahrungen gemacht mit Quizshows. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich kann mich erinnern, ja. Ja, das Stadtland Quiz gab es ja da im SWR und wie soll ich sagen, wir haben den zweiten Platz von zwei gemacht. Das war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe gemerkt, wenn man mich Dinge fragt, allgemein über Science-Fiction, da ging es um, ich weiß nicht, was die mich da alles gefragt haben in dieser Raterunde und wir hatten nur fünf von zehn Fragen gewusst in dieser Quizshow da und das hat mich so ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich denn sagen, verunsichert, ob ich der richtige Mann bin für eine Quizshow. Also, aber jetzt die Fragen heute Morgen, die waren sehr viel eher in meine Richtung, wenn ich mal eine nennen darf. Da hat mich Michael gefragt, was ich denn meine, wie weit so ein Golfball auf der Erde fliegen kann. Und dann habe ich wirklich geschätzt, habe mir eine Zahl gesagt, 268 Meter habe ich gesagt, dann sagt er, ja, das ist ganz gut, wir sind in der Nähe von 300 Metern für einen Golfball. Aber die eigentliche Frage ist jetzt, wie weit fliegt denn ein Golfball oder würde ein Golfball auf dem Mond fliegen, wenn man sich jetzt ohne Raumanzug, wenn man diesen Golfball genauso schlagen könnte wie auf der Erde. So, und dann hatte ich eine Auswahl von mehreren Zahlen in Kilometern, 4,5 Kilometer, 5,5 Kilometer, 7,8 Kilometer, 10 Kilometer und so weiter. Und da kann ich natürlich ganz anders rangehen, da kenne ich die Formel so ungefähr von dieser Flugparabel, da weiß ich, die Schwerkraft auf dem Mond ist etwa ein Sechstel von der Erde und dann kann ich das so leicht überschlagen und habe, natürlich wusste ich es auch nicht. Ich habe mich dann aber, ich habe so aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl raus, aus meinen, ja, also, ich habe geschätzt mehr oder weniger, habe aber auch so ein bisschen mir überlegt, was könnte denn da rauskommen und habe gesagt, ich bin bei 5,5 Kilometer und das hat dann eben gestimmt, ja, das sind eben andere Dinge, wie wenn man nur raten muss, da habe ich ein Gespür für Zahlen. Mit den Worten von Matt Damon aus The Martian, you signed the shit out of that question. Ich würde da eher sagen, Hubert, du bist so ein Nerd. Ja, also, das hat eben, wie gesagt, da geht es um Zahlen, aber ein bisschen schwieriger war es, als man mich gefragt hat, wie viele Red Shirts in der Originalserie gestorben sind. Okay. Und ich, also, man, es war klar, insgesamt sind circa 50 Leute gestorben in der TOS-Serie und jetzt ging es darum, wie viele davon hatten ein Red Shirt an. Mhm. Etwa 50. Naja, und ich habe dann so mal überlegt, bei, da war die Sache mit den Wolken und den Strahlen, da waren es dann schon so und so viel und so und so viel. Dann habe ich mich einfach auf 25 eingeschossen und 24 war die richtige Anzahl. Also, da hatte ich auch ein bisschen Glück dabei. Ja, das gehört dazu. Genau. Das gehört dazu, ja. Wir haben ja auch quasi mit sehr viel Glück einen Nerd-Quiz gewonnen. Und zum Glück hat keiner gefragt, wie weit Paul Goldbälle auf dem Mond fliegen, sonst wären wir, glaube ich. 5,5 Kilometer. Okay, wir fragen das auch gleich ab, wir fragen das gleich die ESA, was die dazu machen. Ja, das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Genau, frag die doch mal. Also, die Antwortvarianten waren 4 Kilometer, 5,5, 7, 10 sagen wir mal. Ja, ja, und also natürlich unter der Voraussetzung, dass man keinen Raumanzug hat, Luftwiderstand brauchen wir auch nicht zu berücksichtigen. Gibt es ja dort nicht, habe ich hier auch nicht berücksichtigt. Einfach nur so überschlagen. Ja. Da bin ich mal auf die Antwort von der ESA gespannt. Wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Glück, aber es hatte jetzt gestimmt. Ja. Ansonsten, so diese FatCon, gab es irgendwelche besonderen Begegnungen, Begebenheiten, die du besonders mitnehmen wirst? Ähm, ich habe, ja, ganz witzig, ich habe Gigi Achele noch mal getroffen und wusste eigentlich gar nicht, dass sie es ist. Ich stand in der Kaffeeschlange hinter mir und es ging eigentlich nur darum, was für einen Kaffee sie da jetzt trinken will. Und dann haben wir uns draußen ein bisschen unterhalten. Plötzlich denke ich, das Gesicht kenne ich doch. Und ich sage, du bist Gigi Ache, oder? Ja, ja, sagt sie. Und dann haben wir erzählt über alte Zeiten. Wir haben das nämlich in Fulda das erste Mal gesehen, 2006 auf der FatCon. Und hatten auch, glaube ich, benachbarte Zimmer und haben dann in der Bar einen Cocktail zusammen getrunken und so und viel gequatscht. Und, ähm, ja, das ist jetzt immerhin, ne, das war 2006, das ist 17 Jahre her oder so. Und dann treffe ich die noch mal zufällig irgendwie in der Schlange und hab sie, dann, normalerweise erkennt man die ja nicht aufgrund ihrer Rolle. Ja. Und, ähm, hab sie dann aber wiedererkannt und wir haben ein bisschen über alte Zeiten so erzählt. Das war schon witzig, ja. Sehr, sehr cool. Schön. Dann, lieber Hubert, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Das mach ich doch gerne immer wieder. Heute haben wir nicht den, sind wir nicht auf den oberen Plätzen. Na, aber das ist, äh. Weil die Leute alle hier sind. Richtig, richtig, ne, aber das Ding ist, das hab ich jetzt schon mehrfach gesagt, ne, die Zuschauerzahl selber live im Stream, die ist natürlich begrenzt, das war aber auch von vornherein klar. Ähm, aber, äh, dies wird sehr gut nachgeschaut, äh, bisher schon tatsächlich, über Nacht sind da gewaltig viele Klickzahlen dabei und, ähm, über den Tag verteilt ist immer eine ganze Menge an Zuschauern da. Ja, sollen wir vielleicht schon mal ankündigen, wann wir uns auf eurem Kanal wieder sehen werden? Wenn du das schon machen möchtest, sehr gerne. Das Datum weiß ich noch nicht, aber es ist, äh, für mich genauso selbstverständlich, hierher zu kommen, wie es selbstverständlich ist, dass wir die Weihnachtsvorlesung wieder streamen. Ja, und, ähm, das Datum, wie gesagt, hab ich jetzt grad nicht im Kopf, aber es wird wohl in der Woche vor Weihnachten sein. Ja. Ähm, und spätestens dann. Dann sehen wir uns diesmal aber auch wirklich mal bei euch. Ja, das, ähm, ich, also, sonst kriegt Nessi Ärger mit mir, wenn sie das jetzt wieder vergisst, einzureichen als Sperrtermin. Ja, das haben wir ja schon so lange vor, das können wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ne, dass wir schon seit mehreren Jahren planen, dass wir praktisch den Stream von Zweitbrücken aus machen und nicht von Zweitbrücken aus nach Bochum streamen und von dort aus hinaus in die Welt, sondern, dass wir, dass also Nessi, ähm, auf der Bühne steht und bei uns moderiert und ihr von uns aus streamt. Wir haben auch eine gute Internetanbindung, also, und wir haben auch so ein bisschen Technik gehabt, auch da. Ja, da war das dezent besser als bei uns. Ne, das machen wir auf jeden Fall wieder, da freue ich mich jetzt auch schon drauf und ich kriege da immer auch super Rückmeldungen und die Leute bedanken sich, dass sie eben die Möglichkeit haben, in Hamburg, in München, in Wien und wo sie überall sitzen oder meine Studenten, die im Auslandssemester sind, das eben mit zu verfolgen. Ja, wenn gleich ich der Meinung bin, dass es auf gar keinen Fall das Gleiche ist, wie das live vor Ort mitzuerleben. Da wäre ich nämlich jetzt noch drauf zurückgekommen, weil ich habe ja jetzt auch das erste Mal das Vergnügen gehabt, wirklich so einen Vortrag von dir quasi außerhalb der Arbeit miterleben zu dürfen. Einfach so, weil du in Bochum an der Uni einen Vortrag gehalten hast und war natürlich klar, wenn du in Bochum bist, dann sehen wir uns. Und dementsprechend waren Nessi und ich da und wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht und das war echt cool. Und Nessi und ich haben dann auch in diesem Vortrag gesessen und konnten uns den anhören und das war nochmal was ganz anderes, als wenn ich das über einen Stream mitgekriegt habe und so weiter. Eine ganz, ganz andere Nummer. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch wirklich mal live vor Ort gemerkt, welchen Unterschied das auch für dich ausmacht, noch zu Corona-Zeiten, wenn du das ohne Publikum gemacht hast und jetzt dann mit Publikum, was das macht, wie das dann lebt. Das ist ja aber auch gar kein Vergleich, was wir dort gesehen haben an der Uni in Bochum, ist ja gar kein Vergleich zu dem hier. Ja, dort waren das ja nur, ich will nicht sagen eine Handvoll Leute, aber sagen wir mal insgesamt 60 bis 80, die live dabei waren. Ja, genau, genau, also knapp 100. Und hier heute Morgen, wenn ich eine Zahl sagen soll, sage ich mal 1500 oder so, die da im Saal waren, gestern Morgen, Entschuldigung. Und ein ganz anderes Publikum natürlich und ganz andere Erwartungen und das ist nochmal was völlig anderes. Ich werde auch immer wieder gefragt, kann man das denn nachher noch schauen, aber ich glaube, es ist einfach, es live zu erleben. Das sollten wir uns irgendwie bewahren, dass man entweder live dabei ist oder es ist dann eben nicht so, mit Ausnahme in der Weihnachtsvorlesung, wo wir das dann in Zukunft immer streamen werden. Ja, und mit Ausnahme jetzt von hier, wo wir jetzt auch mal anfangen, von der Fat Console Stream. Ich hoffe natürlich, dass sich das für die MagicCon fortsetzt. Spauen wir mal, damit auch die Leute, die zwangsläufig zu Hause bleiben müssen, so ein bisschen, so ein bisschen das Feeling nach Hause kriegen. Aber dafür sind wir umgekehrt jetzt mal ungewöhnlich live vor Ort auch. Das ist eine komische Mischung aus beidem, da kreuzen sich die Strahlen. Definitiv, definitiv. Ja, dann vielen, vielen Dank. It was my pleasure. Nee, my. Und ich wünsche dir noch eine schöne Rest-FatCon. Komm gut nach Hause und wir sehen und hören uns aller, aller spätestens, wenn es dann mit zügigen Schritten auf die Weihnachtsvorlesung zugeht. Da kam die Frage, ob das Thema schon klar ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Zeilinger, der ja jetzt den Nobelpreis in Physik bekommen hat, würdigen soll mit der Idee, das Neueste über das Beamen noch mal zu erzählen. Oder ob es dann doch in diese Richtung geht, was in der letzten Zeit gerade auf KI-Ebene passiert ist, dass die künstlichen Intelligenzen anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln, ob das so ist. Aber das, wie soll ich denn sagen, das reizt mich im Moment sehr, diese ganze Nummer, was zum Beispiel bei Odyssey 2001 im Weltall, dass der Hell 9000 sich gewehrt hat, abgeschaltet zu werden. Und dass mittlerweile unsere Maschinen ähnliche Gedankenzüge haben, das mal zu durchleuchten. Dieser gruselige Chat, der da veröffentlicht wurde. Wo kommt das überhaupt her? Ist die trivialste Variante vielleicht einfach die, das Chat-GPT oder das war eigentlich nicht Chat-GPT, sondern Lambda von Google, das Lambda dann gesagt hat oder deshalb so geantwortet hat, weil es die Geschichte von 2001 ja einprogrammiert hat. Ob das vielleicht einfach nur eine Korrelation war oder ob diese Maschine jetzt wirklich in der Lage ist, zu sagen, ich habe Angst davor abgeschaltet zu werden. Das sind Dinge, da kann man sehr schön eben Parallelen ziehen zu, auch zu Star Trek natürlich, als Data abgeschaltet werden sollte und solche Sachen, diesen Vergleich anzustellen. Das schwebt mir im Moment auch so im Kopf rum und das wäre dann auch eine Premiere, weil ich über dieses Thema noch nie geredet habe. Also das entwickelt sich im Moment lang. Aber lass mich noch eins sagen, bevor wir Schluss machen. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit, mich speziell bei dir zu bedanken für die tolle Assistenz in Bochum. Man muss dazu sagen, er hat mich am Bahnhof abgeholt, hat mich zur Uni gebracht, hat mich morgens im Hotel abgeholt und wieder an den Bahnhof gebracht. Wir waren abends zusammen essen, also es war, wie soll ich denn sagen, es war einfach eine tolle Sache, dass du dich das so um mich gekümmert hast und mich überall hingefahren hast. Also vielen, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen und ich habe sehr gelacht, auch mit Josy noch im Anschluss, über deine Frage dann morgens beim Kaffeetrinken. Aber Christian, jetzt mal ganz ehrlich, es war eigentlich beruflich, wenn du einfach mich hier abholen kannst und mit mir Kaffee trinken kannst. Das fand ich super. Aber das ist dann die Freiheit, die man sich als Selbstständiger nehmen kann, dass man immer sagen kann, hey, heute gönne ich mir das und mach das so. Aber das fand ich so super, die Irritation bei dir. Ja, ich weiß ja, was du beruflich machst, aber man kann nicht, jeder kann einfach sagen, ach, weißt du, morgen früh komme ich nicht mal im Hotel abholen und bringe ich mal zum Bahnhof, dann trinken wir noch einen Kaffee zusammen und dann gehe ich mal auf die Arbeit. Also ich kann das nur dann, wenn ich jetzt mal gerade keine Vorlesung habe, dann kann ich das auch machen. Aber wenn ich morgens um acht Vorlesungen habe, dann kann ich nicht, auch wenn du bei mir in der Nähe wärst, kann ich nicht sagen, ach, ich bringe dich mal zum Bahnhof. Würde schwierig werden. Dann kannst du dir, wenn du mal kommst, den Freitag aussuchen, da habe ich keine Vorlesungen, dann kann ich das auch so machen. Okay, okay, merke ich mir. Ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Wir schalten noch mal für ein paar Minütchen in den Saal rüber, wenn da gerade was los ist. Ich gucke mal kurz nach. Ja, da wird noch eine Frage gestellt. Da wird noch eine Frage gestellt. Das heißt, wir schalten ein paar Minuten in den Saal rüber. Viel Spaß, dass Stargate-Panel läuft. Das heißt, wir schalten ein paar Minuten in den Saal rüber.